ja hallo und herzlich willkommen zum mein kraft zu haben er ja hier ist der anderen und ich bin ich er hat und erlaubt das ist nicht von mir er ist wieder von der Urgeilbe wir laufen und den Bergdorf ihr habt dort oben wo das weiß ich hab doch die Höhle dann durch das ist die linke Kiste in der Mitte ich habe nein alles rausgeklaut ich habe das wert ich habe gar nicht alles rausgeklaut ist klar ist klar so immer er hat schon Zeit hat schon ein Kind so ich kann schon mal von der Kiste weg hier weg von der Kiste nicht mehr nicht mit dem Fall schon sehr wichtig wird in der Hölle laufen weil ich verfolgt haben und haben statt sehr gut und dann auch er hat auch noch alle müssen sie nur treffen um an der so wie man das ist schwer jetzt werde ich verfolgt jetzt nicht verfolgt nach was nicht behebte mehr kommen ich will ganz hoch zu kommen auf dem Berg ja ich geile in der Kunde geile Sachen kann man sich dann beziehungsweise Lederrüstung aber ich habe Essen Bogen ich hab's auch da Rüstungen ganz oben auf dem Berg ich hab schon zwei Leute gekillt nämlich kommt er oh mein Gott da da ist noch so nicht sollte weggehen Endeweil müsstest du hier renn ich herum um echt gut was ich nicht so war ich sicher du bist hat unter mir verletzt man da oben kommt kommt doch mehr so wieder ab der Postdorf Dom dort und er hat ja auch so wenn ich ihn ja wer weiß sollte das auch geben hier hier eine Falle Falle ich hab selber vom Falle und verantwortlich mann da oben ist wer ja genau die habe ich gemeint soll wo ich war bei Schraub zu starten nicht nur schneide mein Weg ab mit einem Fall direkt getroffen direkt und kommt er trägt ja alter hat die gute Rüste hier ist sogar eine Kiste praktisch hast du ein erstes Stück ne ich habe einen Diamanten habe ich auch hier was für eine Rüstung brauchst du noch ähm Brustpanzer ja ich habe einen sehr gut achten da kommt wer vom Berg unten hast du kann man stein schwer ausrüsten er wird sagte kommt er was die Stelle ist weg hier und da ist ja ich bin ja ich weiß ich habe das Standort sich oder hatte gar nix praktisch das war wenn du jetzt stirbst stirbt 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 und guck er hat den zweiten Kiel gemacht heute das hat einen Diamanten gehabt nein vier Eisen zwei Eisenschwerter hier er hat das Stix ja gern müssen sind Kratzen der Besuchung ja ab zum bauen würde ich sagen ich habe den Minimap nicht für der Römer und Scherzer ich habe gar keine Minimap aber ich glaube ich habe in der Nähe da ist sie nicht sehen es wird na ja da ja ist wer dort frage ich was an einem sehr gut müssen zum Kratzen im Standort ist er dort der Lappen Kropfen ich hatte muss glaube ich das auch das von uns hat den Kumpen alter wie wenn wir es gibt hier ich sagst du nicht sagst dir dann ist in der Sitzkirchstatt D neun Darmann achten was auf das kann kommt die Sitzung ist ein neuer Verordnungen all dieser Hauptfaktoren nach kraften Tempel Mann das ist scheiße er eigentlich ist noch ein Bogen drinnen ja nach der Pfeile für mich bitte ich hab nur 2 Korschlassen man hat kommen er soll sich nun kraft in der das werden wir es tun ich gehe mal in der Hölle da ein Jahr kommt ich bin in der Hölle drin kommt mir warum sich immer die Form keine Ahnung genetisch durch die wir haben ist kräftigen zählen hat ein Blatt kraft in Kabel vor nach Hause was schief auch vor vielleicht ja da oben ist ein Haus ja gehen dort hin weiter der Baum sitzt Rauschen 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 ganz schweres Rauschen er hat sich ganz gut auf Karrin ja war es eben hier glaube ich habe Warte kurz es ist ich glaube ich muss ich jetzt gerade allein unterhalten das ist ein Team ich habe ganz kurz ein Team gesehen und bin hier bin hier bin ich bin hier ich habe mir ganz so ein wenig gekutzt ist ja hallo ist das Rauschen weg komm wir gehen drauf ja der Hauptmann war das Rauschen lang da Prozent ja relativ egal dass ich auch noch ja ich glaube das hat man eine Aufnahme nicht so schnell er will an der Zielger was 20 Sekunden hin zu stehen machen wir dann abgabend ist weiter weg achten was er hat er immerhin wenn wir jetzt sterben ich sag's dir wo ich es wäre da war kurz ein Name egal gehen wir zum Haus m irgendwo ist doch sicher ein Kraft in Teele hier ist einer und hier ist sogar noch Zeug drinnen also wo bist du hier boll bist so blind nee alter ich war da drin oh so ich glaube das mag zwei Eisenschwerte ja so da danke hast du ein Eisenbrustpanzer oder sowas ne ich hab nur den den ich an hab das alte Eisenschwert Eisenschwert das ist geil gut ich hab noch ein Diamanten hätten wir jetzt noch ein Diamanten hast du eigentlich viel essen 8 Kekse oh ja das ist viel erst wenn man um wenn du hier jetzt hier gibt warte bleib stehen hier ist eine Schüssel ja okay weil dann könnten wir uns ein bisschen was recht im Pilz und fahren brauchst du essen nee ich hab also wir können uns Pfeile machen mehr als genug Pfeile warte ich muss noch mal verkraften wie viele haben Prozent fünf Federn ja ich hab weder noch mehr über 20 und ein Flint habe ich ja ich hab 15 weder ich hab ein Flint ja so ich hab mal acht Pfeile gemacht ich brauche hier ist noch ein Flint ich brauche ich Sticks ja äh gibst du mir einen oder zwei wie viele Spieler sind denn noch oh scheiße ich hab's wieder seit fünf Tribute nur mehr komm wenn noch versteht sind wir im Deathmatch oh scheiße ich hab vergessen aufzunehmen das war ein Scherze doch ja Alta dann hättest du mich umgebracht oder äh eigentlich schon jahrgumt ähm so so komm ich will eine Wasserflugung geht's springen wir runter und hört man uns halt nein 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 das ist gar nicht heute ist glaub ich kein guter Tag oder so was diese Kiste mann zum Sport er ist noch voll gewesen alles ja sie wurden in Ordnung jetzt schon Neues waren nicht mal Nacht trotzdem ich glaube wenn nein die werden aufgefüllt wann ist das Match Prozent wie viel Not noch können wir mal gucken um und mit zehn Minuten glaube ich hier was für Rüstung ausreichend nichts nicht nicht gut aber ich erwarte in der Rest und Schäden doch nicht 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 ich weiß nicht auch aber er nicht kann ich das sehen ist das ist der ist nicht ich hab zack das sieht mal er in den Schwarz und übrigens ich habe ein Smurf das Mut gibt Tektor Peck drinnen Prozent das ist so ähnlich wie Faxes wachsen ne finde ich nicht ich weiß nicht egal hatte ich muss jetzt hier mal den ganzen Bullshit dass man aber ich hätte bevor es ist es ist niemand alle ist Nummer fünf Leute ja wir zwei nach drei und hoffentlich wenn die in 3er 10 machen Alter wenn wir die jetzt besiegen würden dann noch das wäre auch Hammer haben wir überhaupt die Runde schon wieder umgebracht ja ich habe schon so viel umgebracht ich habe ganz am Sporn ganz am Anfang schon zwei drei umgebracht da warst du weit weg was der da schon gesagt ja ich habe Menschen so hier ja es wird nacht dann werden die Kisten aufgefüllt ja bleiben jetzt hier vielleicht ist ein Tier ja und noch ein Stick dann hätten wir sich hätte ich schon mal stellen wir uns drauf und gucken wir uns um da kommt er da kommt echt wer ähselig zu stein schwert kommt oben ja oh da ist auch ein ganzes Schwert kommt man spielen ich habe mich angezogen komm renn ins Wasser ja 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 gute Rüstung ja bitte gib mir den gib bitte gib mir den Eisenbrustpanzer du kannst den Ketten haben ja Ketten habe ich selbst hey da war er ein Ketten warum hast du ihn da nicht an ah jetzt hast du ihn ja hast du da war er hat ein Eisen gedroppt ja hier warte er hat noch ein Eisenbrustpanzer er hat zwei er hat zwei Eisen Brustpanzer ja und noch ein Eisenschwert ähm hat er Eisenschuhe äh ne aber Kettenschuhe ja habe ich selbst ich habe die Ketten warte ich lege ich habe zwei Diamanten ja ich habe keinen Sticks und sieben Sticks und wir haben hier kein Crafting Table äh was tust du Sticks suchen unter Wasser ich habe sieben oh und dann jetzt müssen wir nachher müssen wir nur zu diesem Ding gehen gehen wir nochmal rauf warte zuerst warten bis es Nacht wird und sonst die Kisten ich tue in eine Kiste jetzt mein Bullshit ran alter jetzt ist bald Deathmatch und wenn dann Deathmatch ist weißt was wir dann machen dann rennst du sofort zum Crafting Table und machte das Stierschwert ich lenke die andere dann ab hier ist er mal ganz ein bisschen zu viert also es kann nochmal 2 gegen 2 ausgehen wenn die anderen im Team sind Alter hier kommt mal mein ganzer Bullshit zu sein Wohlstein Schuhe also ist hier noch irgendwo Feuer warte hey das ist wieder neu okay nimm dir nur das gute raus ein Eisen Alter alles voller Eisen hier ich habe drei Diamanten alles voller Eisen komm hey warte das ist ein Sticks ich habe noch ein Eisen gefunden noch ein Eisen ich habe ein Eisen Alter hier ist alles aus Eisen Alter wenn wir jetzt noch ein Tier hätten ja das wäre das geilste ich habe drei ich brauche 8 Eisenschuhe ich brauche 8 Eisenschuhe ich brauche 8 Eisenschuhe so meine Rüstung ist total Eisen ich ne mein Helm ist gar nicht Eisen fällt mir grad auf wie viel Eisen hast du dann können wir sich an Craften gehen ne wir werden schon ein Eisen äh hey ich hab 4 Dias ich hab 4 Dias ich hab 4 Dias und 7 Sticks und da hinten ist wer der snapped uns ab was für ein Loser schau komm trennen wir ihn ohne wir let's own ich hab ihn getroffen er rennt schon wieder getroffen ja ich hab ihn ja und until deathmatch Streit Alter ich kann uns zwei Dias Schwerter machen ja dann gib mir bitte die Dias und die Dias ja du du machst uns beide nein hier warte hier 1 2 1 2 hier hier hallo nicht aufmachen stoppen nicht aufmachen stoppen was ist du hast geläftet nicht aufmachen stoppen ich hab geläftet ja aber nicht aufmachen stoppen bei mir bin ich noch drinnen nicht aufmachen stoppen bitte lass mich das zu Ende spielen lass mich das gewinnen ja warte ich wurde ich hab ge Leute hier seht ihr wirklich mal einen Fail ja ja egal wir werden das hier gewinnen hoffentlich hoffentlich ja ok scheiße das dir zeug ist weg ich hab dir aber in dir und Dix hingeworfen ungefähr da hier liegt sogar mein ganzes Zeug wo wo da hier na scheiße ich hab dich zugeschraben da Alter ich spawnen dem direkt attackieren ja bin ich gespannt go der schlechte schlechte ja Gott Attacke komm 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 stirb Alter ich sterben ich soll sterben gehen und nein kann ich unter mich nein ja gewonnen wooo wooo wir haben gewonnen win win also ich hab hier connection lost gehabt aber das ist egal ja wir haben hier gewonnen end of stream also dann geile runde dank fürs zuschauen also dann tschö das ist die 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 im